Heute geht es um Manipulation online und mit diesen Themen bearbeiten wir euch heute. Online manipuliert, Manipulation im Internet. Manipulation durch das Internet. Framing, STT und Co. Der Einsteiger-Guide der Manipulation. Und ich muss aufpassen, dass ich da nicht STD lese. Hallo und willkommen zur 33. Folge der Online-Geister. Und wir holen das Thema nun nach, das wir euch für ursprünglich Dezember 2018 versprochen haben. Aber erstmal gibt es die Hausmeistereien. Wow, wieder mal zum Jahreseinstieg der Überblick über Social Media haben wir gemacht. Genau, in unserer letzten Folge Nummer 32 kann man online nachhören unter onlinegeister.com slash Folge 032. Thema Social Media in Deutschland 2019. Ich fand, wir haben eine schöne Übersicht gegeben. Wesentlich besser als unser Überblick 2018. Ich fand es gut, dass ich auf diese Idee gekommen bin, das so ein bisschen zu clustern nach den einzelnen Unternehmen. Ich glaube, das ist etwas überschaubarer geworden. Aber wir, glaube ich, auch das letzte Mal zu viele Infos. Wir könnten da, glaube ich, locker zwei bis drei Folgen draus machen. Aber dann ist ja schon wieder ein Vierteljahr rum. Ja, aber vielleicht noch mal kurz für die Zahlen. Livestream-Spitzenwert waren 22.000 Hörer am Donnerstag und am Freitag hatten wir sogar 31.000 Hörer Maximum. Das ist ein guten Morgens. Genau. Und Podcast nach etwa so einem halben Monat sind wir aktuell bei etwa 800 Downloads. Finde ich auch schön. Okay, also schon oberer Wert auf jeden Fall. Aber grüße an alle Podcast-Zuhörer. Ja, grüße an alle Podcast-Zuhörer. Ja, okay. Winken wir jetzt nicht. Ja, weil wir auch gleich mal als Hinweis für alle, wir machen ja auch parallel immer einen Livestream. Der kann dann auch bei uns auf der Facebook-Seite mit nachgeschaut werden, beziehungsweise der finden sich auch immer in den Shownotes zu den jeweiligen Folgen. Genau. Doch nun zu den Meldungen. Die deutsche Landesmedienanstalten geben einen Leitfaden zur Kennzeichnung von Werbung bei Social Media an. Davon habe ich sogar gelesen, dass es jetzt in immer mehr Tweets auch so Hashtag Werbung auftaucht oder auch Hashtag bezahlte Werbung. Genau. Und das ist halt vor allem auch für YouTuber und Instagramer gedacht. Also diejenigen, die halt vor allem mit dieser Art von Werbung zu tun haben. Link packen wir euch in den Shownotes. Das Ganze ist ein PDF-Dokument, halt wirklich als Guide, als Broschüre gedacht, dass ihr, sofern ihr jetzt vielleicht selbst YouTuber oder Instagramer seid, euch da auch gleich orientieren könnt. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Hashtag Schleichwerbung. Ist einfach zu oft passiert, dass Leute bezahlt wurden, irgendwo über uns geredet haben, sehr positiv und das nicht deutlich gemacht haben. Genau. Und da vielleicht auch als allgemeiner Hinweis, kurz, knapp, bündig, wenn ihr dafür bezahlt werdet, ist es prinzipiell Werbung. Dabei ist es egal, ob ihr mit Geld bezahlt werdet oder mit Sachleistung, also zum Beispiel ein gratis iPad bekommt oder so einen Spaß, weil ihr gerade ein iPad testen solltet in der Mode. Ich kriege das Ding, kann es behalten. Das ist alles prinzipiell Werbung, muss gekennzeichnet werden. Selbst wenn ihr so ein Kritiker seid, der gerade zum Film eingeladen wurde, um darüber zu schreiben oder ein Videospiel geschickt bekommt und der trotzdem kritisch darüber berichtet, kann es nicht schaden, kurz zu sagen, dass das vom Publisher bezahlt wurde. Genau. Nächste Meldung. Ein OECD-Test sagt euch jetzt, ob es den Job, den ihr habt, in Zukunft immer noch gibt. Genau, also die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat einen Online-Test vorbereitet, der dir halt sagt, wie zukunftssicher dein Job tatsächlich ist. Verlässlichkeit von sowas ist natürlich immer so eine relative Sache, aber es ist nette Spielerei. Wenn man jetzt einen gibt, weiß nicht, Braunkohlearbeiter. Nee, du wirst gefragt, also wie häufig, wie häufig hast du in den letzten Monaten, ja, was auch immer, dieses oder jenes getan, wie häufig machst du dieses oder jenes, wie hat sich da jetzt die Situation für dich vielleicht verändert, also branchenunabhängig eigentlich. Am Ende soll es wahrscheinlich sicherlich noch mal eine Studie oder sowas geben, weil du dann auch noch so ein, zwei Sachen gefragt wirst, bist du Mann, bist du Frau, Alter und sowas. Aber unter OECD-Futureofjobs.org findet sich das ganze, äh, gut Stück. Guck ich mal zu Hause rein. Ähm, apropos OECD. Facebook will jetzt einen Messenger-Verein, was schön ist für Leute, die sich Ordnung wünschen und, äh, nicht alle Unterhaltung verteilt auf den Facebook-Messenger, auf WhatsApp, auf die Instagram-Messenger-Funktion. Äh, ja, die drei sind das. Und schon nächstes Jahr, ähm, soll jetzt ein WhatsApp-Nutzer auch einem Instagram-Nutzer schreiben können. Und damit bricht Mark Zuckerberg mal wieder eines seiner Versprechen, dass er bei der Übernahme von Instagram 2012, wie auch bei WhatsApp 2014, gegeben hat, dass diese Plattformen halt wie bisher bestehen bleiben sollten. Ich meine, ich sehe da einen Vorteil auf jeden Fall. Du hast eine einfache Kommunikation zwischen den Diensten, ging bis halt, ging bislang halt eben gar nicht. Meine Freunde, die über WhatsApp kommunizieren, können sich nicht mehr beschweren, dass ich kein WhatsApp habe, weil ich Facebook habe. Genau. Oder bei Instagram bist oder was auch immer. Aber das ist jetzt natürlich ein schöner Vorteil, dass man jetzt einfacher miteinander kommunizieren kann. Ich finde da ein Nachteil ist aber vor allem auch, dass halt ein Nutzer dadurch noch abhängiger von diesem gesamten Facebook-Ökosystem wird. Einfach noch mehr Daten zentralisiert gespeichert werden. Und ich glaube, über den Datenschutz muss man an der Stelle gar nicht reden. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Ich meine, es ist Facebook, seien wir ehrlich. Das Ganze hat übrigens die New York Times berichtet Ende Januar. Link findet sich natürlich in den Shownotes. In New York Times. Außerdem gibt es von Facebook 20 Dollar für eure Daten. 20 Dollar doch. Ja, 20 Dollar für eure Daten. Genau. 20,00. Nicht,000. Das wäre amerikanische 20.000. Nein, es sind 20 Dollar. Sportbeleg hat Facebook auch Teenager mittels einer Forschungs-App dazu gebracht, ihre Daten preis zu geben und die App auch weiter zu verbreiten. Unter anderem konnten Daten wie private Nachrichten von Social-Media-Apps, Chat-Verläufe von Messengern inklusive Fotos und Videos, E-Mails, Web-Suchen, Browser-Läufe und Standortdaten abbegriffen werden. Geil. Quelle Süddeutsche Zeitung. Was ist da passiert? Ich sehe gerade und die melden zum ersten Mal. Was? Ja, das war einfach eben diese Forschungs-App gewesen. Facebook hat das ganz offen gemacht. Es hat mir halt eben keine Socke interessiert. Punkt. Also ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel mehr sagen. Solange man es nicht heimlich macht, ist ja alles okay. Ja, solange die Abgaswerte öffentlich sind. Eine Meldung ist dann noch, nach dem Ende von Google Plus wird nun ein weiterer Google-Dichtdienst gemacht. Im Oktober 2019 beginnt Google mit dem Einstellen der Google-Hangouts. Schade. Stattdessen sollten die User zum angeblichen Slack-Klon Hangouts-Chat wandern. Okay. Es ist die Frage, ob das Vertrauen in Google-Produkte dadurch langsam erschüttert wird oder sind das richtig und notwendig geschritte? Das ist so ein allgemeines Problem, was ich bei Google auch sehe. Das hat immer solche Tools, gerade wenn es um den Social-Media-Bereich ein bisschen angesiedelt ist. Das hat bei Google selten gut funktioniert. Ich fand Hangouts eigentlich noch eine ganz sinnvolle Variante. So ein bisschen als Skype-Alternative auch von Google halt. Wenn du sowieso die Google-Tools nehmen möchtest, kannst du halt auch gleich das machen. Fand ich jetzt so nicht schlecht. Hat wahrscheinlich nur eben zu wenige Leute. Also ich denke, Google als Suchmaschine wird sich erst ein paar Jahrzehnte lang nicht ablösen. Die ganz anderen Sachen waren vielleicht zu sehr Nische, zu sehr das gemacht, was andere Sachen schon längere Zeit gemacht haben. Du sagst halt Skypen. Du sagst nicht, ich hang jetzt out. Ich mache jetzt ein Hangout. Ja, oder inzwischen sagt man nicht WhatsApp, aber das ist eher so für Chat, finde ich, verwendet. Aber du machst da genauso auch andere Gespräche. Aber man googelt immer noch. Das wird nicht gehen. Und was wir auch regelmäßig machen, ist Geistern in der Online-Welt. Und da haben wir auch unsere regelmäßig laufenden oder unregelmäßig regelmäßig laufenden Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate. Und seit unserer letzten Folge sind genau zwei online gegangen. Oha, N26 wird einhorn. Liebe Banken, macht hin. Womit du da? Hörst nach. Okay. Und das andere Work hard, play hard, Pausen richtig setzen. Das ist ein eindeutigerer Titel. Ja, würde ich auch sagen. Was auch unseren eindeutigen Titel hat, ist das nächste, das erste Lied in unserer Folge, was ich noch aus einem Musical genommen habe und zwar vom wunderbaren Handpuppen-Slash-Echten-Leuten-Musical Avenue Q. You can be as loud as the hell you want. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigen, weil es eine eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media. Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können. Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung. Und das soll noch persönlich und sympathisch sein. Dann meldet dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash newsletter. You can be as loud as the hell you want. When you're making love. Aus dem Musical Avenue Q. Und damals sind wir zurück bei Online Geistern. Online Geister. Thema der Sendung. Und herzlich willkommen zu unserer kleinen manipulativen Ausgabe. Denn darum geht es heute. Manipulation online. Wir hatten in unserer Folge 11 der Online Geister, unter eben Folge 11 erreichbar, uns ja schon mal mit dem Thema Fake News auseinandergesetzt. Das ist durchaus ein verwandtes Thema. Heute soll es aber ganz konkret um das bewusste Streuen und, nee, nicht nur von Falschmeldungen, sondern das bewusste Streuen von Falschmeldungen, um halt andere Leute in ihrer Meinung zu beeinflussen gehen. Also wirklich, wir gehen extrem manipulativ vor. Und ich würde sagen, steigen wir doch auch mal direkt mit ein. Ja, da hätten wir zunächst die Filterblasen. Die natürlich schon sehr viel manipulieren, wenn man darüber hinaus nicht den Tellerrand nicht erweitert, die Blase nicht zum Platzen bringt. Da ist meine These, also eigentlich können wir über Filterblasen eine eigene Folge machen, weil da schon sehr viel darüber gesprochen wurde. Aber These bei Filterblasen. Filterblasen sollen eine einseitige Interessensförderung bewirken durch halt eben Algorithmen verstärkt. Also das ist halt, wenn ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftige, dann durch so eine algorithmisierte Unterstützung von Maschinen bekomme ich halt mehr von diesem gleichen Thema. Das soll halt auch radikalisieren. Am deutlichsten denke ich bei YouTube, wenn man sich da schon mal irgendwas angeguckt hat aus einer bestimmten Ecke, von einer bestimmten politischen Richtung, werden dir auch mehr Videos aus der Ecke angezeigt. Wobei es da die entsprechende Gegenseite auch relativ geschickt macht und die Videotitel und Text entsprechend anpasst, dass wenn du dir relativ viele Videos zu, blödes Beispiel, was mir gerade einfällt, Flat Earth, Flache Erde anguckst, kommen auch entsprechend viele Videos in den Vorschlägen, die gegen Flat Earth argumentieren, die da eben Sachen zeigen, wie die vorgehen. Aber dann wiederum, wenn du die anguckst, kommen auch relativ wieder viele Videos von Flat Earth Befürwortern. Also da hast du ein relativ gutes Pro und Contra inzwischen. Also das ist auch schon eine Form von Manipulation, denn es ist mir vor einiger Zeit auch mal so gegangen, dass ich bei einem Video, was so ein bisschen Wellen geschlagen hatte, von Julian Bam, das ist ein recht bekannter deutscher YouTuber. Ja, den habe ich gehört. Da hatte sich mal in einem Video dazu geäußert, irgendwie, ja, ich bin von Industrie gekauft und die ganzen Vorwürfe, die halt eben gerne kommen und wie viel verdiene ich eigentlich mit dem Ganzen, was ich mache. Er kann nicht rechnen, hat man dadurch gezeigt im Video. Genau, da hatte er irgendwie einen Rechenfehler oder sowas drin und dann gab es eine andere YouTuberin, die ein Reaktionsvideo darauf gemacht hat, natürlich die entsprechenden Schlagworte von dem Originalvideo. Irgendwie kann eine Steuerberaterin reagiert auf, Doppelpunkt, dann so das Video von dem Julian Bam, wie es dann im O-Ton drin war, also der Original-Tier, und das ist ja auch schon in Form von Manipulation, in dem Fall des YouTube-Algorithmus, wie halt diese Inhalte dargestellt werden, wenn halt eben sowas Ähnliches passiert, weil ja schon sehr, sehr ähnliche Aufbereitungen, ähnliche Schlagworte, etc., das ist ja auch bereits eine wie der Duden-Filterblase, da definiert eine selektive Informationsauswahl auf Webseiten durch Berücksichtigung des Nutzerverhaltens, Standorts oder Ähnlichem. Also mit anderen Worten, diese Filterblase ist halt wirklich dieses bewusste Ausnutzen, wie halt so ein Algorithmus funktioniert. Der Begriff selbst basiert übrigens auf dem Buch The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, von Eli Pariser, bei Penguin Press 2012 erschienen. Wir haben euch auch eine Rezension vom Deutschen Funk mal verlinkt. Da ist halt wieder so der Begriff hergekommen, wie wir es auch damals bei digitaler Demenz hatten, in Folge 27 oder 28. Ich weiß es nicht mehr. Ja, es kommt auch aus irgendwelchen Dingen. Also auch aus dem Buch gewesen. Das ist der deutsche Reha-Begriff dafür, der Duden verknüpft damit die Echokammer. Also wenn du eine Meinung reinrufst, kommen entsprechend konforme Meinungen wieder zurück. Das ist dann deine Filterblase, wo dir alle zustimmen. Und da finde ich es sehr bezeichnend, dass in der Duden-Definition, wie gesagt, verlinken wir euch alles in den Shownotes, auch schon direkt angemerkt wird, insbesondere in sozialen Netzwerken. Egal ob Filterblase, Echokammer, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das sind auch extrem viel diskutierte Begriffe. Deswegen verweisen wir hier auch auf ein paar Quellen. Wir haben euch den Deutschlandfunk von 2016 verlinkt, die Süddeutsche von 2018, Spiegel Online von 2016. Das sind immer Filterblase, Echokammer, manipuliert Facebook und so weiter. Man muss aber die Medien auch aufpassen, ob die nicht eventuell auch manipulieren. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst verschiedene Quellen mit angegeben. Könnt ihr euch gerne mal ein bisschen allgemein mitbelesen. Ansonsten weitere Informationen, da fehlen sich online einiges zu diesem Thema. Auch hat auch jeder eine Meinung zu, zu dieser Filterblase? Meine Meinung zur Filterblase ist halt schon, es kann manipulativ wirken, wenn es ausgenutzt wird. Das definitiv. Aber Filterblasen werden auch generell diskutiert, ob sie nun existieren, ob sie nicht existieren, ob wir nicht eigentlich schon auch unser Leben lang immer in irgendwelchen Filterblasen schon unterwegs gewesen sind. Denn ich habe ja auch immer bestimmte Meinungen zu bestimmten Themen, ob ich jetzt etwas als positiv oder negativ empfinde. Und das ist ja unabhängig, ob online oder offline. Also ich finde diese ganze Diskussion von, ja jetzt mit dem Internet ist dieses oder jenes aufgekommen, vieles gab es schon vorher. Das hat sich jetzt einfach nur ein bisschen deutlicher gezeigt. Es ist einfach für die menschliche Psyche angenehmer, sich mit Leuten zu umgeben, die eine Meinung teilen. Wenn deine Meinung täglich herausgefordert wird, wenn du täglich widersprochen wirst, ist es auf Dauer nicht sehr angenehm. Da kann ich diesen Hang zu sich mit Leuten umgeben, deine Meinung teilen, durchaus verstehen. Und als ich mich einmal auch vom Spiegel Deutschlandfunk und ähnlichen organisiertem, ich vergesse nicht, wie es heißt, Deutschland spricht Tag mit einem AfD-Wähler-Überzeugung getroffen habe, der hat, okay, ich wollte dem offen gegenüber gehen, aber nach drei Stunden Gespräch war mir der gänzlich unsympathisch, dieser Typ, und ich wollte nicht länger mit ihm reden. Nicht so wenigstens, nicht so wenigstens, nicht so wenigstens, auch wir gesprochen, wir argumentiert hat. Und das ist nicht schön. Und da wollte ich doch eben wieder mit Leuten reden, die, ja, meine Meinung mitteilen. In dem Zusammenhang gibt es übrigens auch einen Begriff, der sich Energievampir nennt. Kennst du das? Ja, habe ich von gehört. Also es wird manchmal ein bisschen esoterisch angeaucht, aber ich finde diese Bezeichnung eigentlich recht treffend. Denn das sind so Menschen, da kenne ich auch ein paar, ich denke mal, ihr garantiert auch. Es gibt ja so bestimmte Leute in unserem Verwandtschafts- oder Bekanntenkreis, mit denen möchten wir nicht gerne Zeit verbringen, weil sie uns einfach anstrengen, weil sie uns müde machen. Ich habe da so ein paar Leute, so dieser Klassiker von, wie geht's denn dir? Ach, naja, die Arbeit, das Leben an sich und so weiter. Also wo du genau weißt, da kommst du vor einer Stunde nicht raus und die Person würde dann erstmal sonst was vorjammern. Und das finde ich ist auch so ein bisschen mit diesem Ganzen verbunden, dass wir uns halt auch bewusst für manche Dinge entscheiden, die uns halt angenehm erscheinen, die uns halt bestätigen. Ein konkretes Beispiel, wo es durchaus gut ist und man auch eigentlich nicht darüber hinaus gucken muss, während Filmkritiker oder Leute befragen zu einer Filmmeinung, wenn du weißt, dass die einen völlig anderen Filmgeschmack haben als du, dann musst du keine andere Meinung hören. Wenn du weißt, dass der die gleiche Filme mag wie du und der empfiehlt dir einen Film, dann musst du ihn eine andere Meinung gucken, dann guckst du ihn an und der wird dir auch gefallen in den meisten Fällen. Ich habe so einen Filmkritiker, den ich mir regelmäßig angucke und meistens teile ich seine Meinung, also gucke ich mir an, was er empfiehlt. Das läuft ja auch in dem klassischen Gatekeeper, kennst du vielleicht noch aus Literatur. Weißt du noch, was war der Gatekeeper gewesen? Literatur jetzt nicht, aber der Gatekeeper generell, der dich davon abhält, auch Fan von einer Sache zu sein. Du bist nicht kein groß genuger Fan, deswegen darfst du das hier nicht gucken, nicht lesen, nicht sonst was machen. Unter anderem das aber klassisch, das kommt eigentlich aus dem journalistischen Bereich der Gatekeeper, das war halt wirklich der Journalist gewesen in einer Zeitung, der halt entschieden hat, was kommt in die Ausgabe und was nicht. Also wirklich der Torwächter entscheidet, welche Meldungen, Nachrichten schaffen es und welche nicht. Das ist ja immer wieder das Beschworenen, dass es halt eben heute nicht mehr gibt in der Online-Welt, dass dieser Gatekeeper, dass diese Gatekeeper-Rolle halt jetzt entfallen ist und jeder, jede Person halt eben Informationen verteilen kann und natürlich auch uns manipulieren kann, seien es jetzt Parteien, seien es Organisationen. Das merkst du ja immer sehr schön, wenn es jetzt bestimmte Gruppierungen gibt, die dann ihre eigenen Medien herausbringen, um dann halt entsprechende Informationen zu verteilen. Sei es jetzt sowas wie der russische Staatsfunk, hier Russia Today oder vergleichbar, das war RT-Deutsch. Das ist ja so ein Ding, was einfach, das hat eine deutsche Meinung. Ob man die jetzt teilt oder nicht, ist egal, aber es gibt nicht unbedingt, soweit ich das zumindest weiß, diesen Neutralitätsanspruch. Falls doch uns gern das Feedback geben, dann lernen wir auch was dazu. Ich denke da eher an Fernsehsender in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA, die halt sich ganz klar in ihrem Klientel bedienen, genau wissen, was die Leute hören wollen und dann ihre Nachrichtenberichterstattung entsprechend färben, entsprechend manipulativ gestalten, dass sie genau wissen, das wird die Gegenseite in Anführungszeichen nicht mögen, aber unsere Zielgruppe wird das total abfeiern, weil die voll auf unserer Seite stehen. Deswegen machen wir das so, Werbeeinnahmen pro Quote. Hashtag Echo Kammer halt. Ja. Aber bezüglich Informationen spielt auch Digital Demenz eine Rolle, weil wir uns immer mehr Informationen nicht merken, sondern aus dem Internet holen und wenn die manipuliert ist, kann das auch gut genutzt werden, um Leute, die glauben, okay, das stimmt, aber eigentlich hätte jemand eine Seite mit Blödsinn gefüllt. Über Digital Demenz haben wir auch eine komplette Folge gemacht, die Nummer 27. Genau, verlinken wir euch auch in den Show Notes, deswegen würde ich sagen, sagen wir da ist auch gar nicht weiter großartig was zu. Grundlagen haben wir erstmal gelegt und ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, Manipulation online findet definitiv statt. Ich glaube, da ist auch nicht groß die Frage gewesen. Es findet im echten Leben statt, wenn wir uns mit politischen Parteien auseinandersetzen, wenn wir uns mit Lobbyorganisationen auseinandersetzen, der ist mal ganz neutral betrachtet. Jeder Mensch, sei es Mitglied jetzt, sei es Politiker oder sei es sonst wer, versucht ja zu manipulieren. Wenn ich ein Schokoeis möchte, dann manipuliere ich Mama so lange, bis sie mir eins kauft, dem ich vielleicht große Augen mache. Ich verdiene jetzt Geld, ich kaufe mir einfach eins. Mir tut irgendwie der linke Arm mir oder was ich nicht. Oder es sind eben verschiedene Schokoeis Hersteller, die um dich buhlen und dich zur Kaufentscheidung versuchen zu manipulieren. Also das haben wir überall. Wenn wir es mal ganz neutral betrachten, Manipulation, ist es halt wirklich jemanden zu etwas bewegen. Das ist auch so grundlegend genau das, was Politik zum Beispiel macht, was eine Lobbyorganisation macht. Das kann jetzt von mir aus eine grüne Lobby sein, das kann sonst was Lobby sein. Ich bin ja auch Mitglied von einigen Lobbyorganisationen oder Branchenverbände oder sonst was. Das ist auch eine schöne Sache, das hat man ja mal gesagt. Bist du eine Lobbyorganisation oder bist du eine Gewerkschaft? Das kommt auf die Sichtweise an. Aber da geht es mit Manipulationen durch das Instagram, durch das Internet. Instagram ist im Internet. Und die meine Kollegen nämlich auch ganz schön. Da haben nämlich die, hat eine Studie gezeigt, die Bilder am meisten liked, die werden am meisten geteilt, die dem normierten Schönheitsideal entsprechen. Was wir zurzeit haben, was auch irgendwo nahe liegt. Ich meine, das ist das ohne Grund, das normierte Schönheitsideal, was gerade kursiert. Und Instagram, da guckt man sich nun mal gerne schöne Leute an. Und diese schönen Ergebnisse sind übrigens vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, IZI, beim Bayerischen Rundfunk veröffentlicht worden. Link packen wir euch auch mit in die Shownotes rein. Und die haben halt 300 Posts von erfolgreichen Influencerinnen, ausschließlich Frauen, auf wiederkehrende Muster hin untersucht. Und da war halt eben auch die Aussage dort, sie sind dünn, langhaarig und beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Mode, Ernährung und Beauty. Also weibliche Selbstinszenierung, finde halt nur in einem sehr begrenzten Korridor statt. Also in dem Fall halt nur in diesem Beauty-Lifestyle-Bereich. Und das ist irgendwie schon ein bisschen, ich finde es persönlich bedauerlich, aber es ist halt ein Statement für sich, was auch so mein Klischee-Bild von Instagram echt bestätigt. Und da wird auch so eine deutliche Manipulation in der Hinsicht. Ich hoffe, ich verbinde es gerade richtig. Die Studie wurde in Auftrag gegeben von der Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth Furtwängler. Und darin wird auch eine YouTuberin zitiert. Sie sagt, eine starke eigene Meinung schmälert deinen finanziellen Wert. Kann man glaube ich so stehen lassen, oder? Wir wollen es ein bisschen ausführen. Also ich, weil wie stärker eine eigene Meinung ist, desto mehr Leute werden sich finden, die der Meinung nicht zustimmen und dich dann entsprechend auch nicht weiter unterstützen wollen werden. Ja, und wenn du halt everybody's darling bist... Dann hast du keine starke eigene Meinung und dann pass dich den Mainstream an. Genau, und bist halt eben Mainstream und bist für alle irgendwie ganz zutreffend, passend, wie auch immer. Ich finde es immer sehr, sehr schön und bezeichnend. Ich hatte es auch vor einigen Folgen, beziehungsweise der Vicky kommt, meine ich jetzt noch. Da habe ich mich auch geäußert zu diesem Lego... Nein, die Bar kann ich es nicht sagen, aber so ein kleines Schicksal. Der Herr der Steine. Genau, der Herr der Steine. Habe ich noch mal mitbekommen, aktiv verfolgt. Ja, ist ein recht bekannter YouTuber, der halt sich auch durchaus kritisch über Lego äußert. Er hat halt eben einen Lego-Laden, beziehungsweise bis dato Lego-Laden. Jetzt hat er nur noch einen Laden. Also er nimmt auch andere Sachen mit drauf. Ich glaube, Steck-Steck-Baustein-System-Laden, wie man das jetzt alternativ bezeichnet hat. Aber da hat er sich halt eben auch geäußert und wurde jetzt abgemahnt von Lego. Rechtliche Hintergründe würde ich dann alles in dem Quickie einfach mal mit durchnehmen. Aber es ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Meinungen sind. Denn rein rechtlich, Lego hat komplett Recht. Die haben, weil er halt in seinem Logo diesen Lego-Stein auch mit drin hat. Der Lego-Stein ist seit ein, zwei Jahren rechtlich geschützt, die Form. Erst? Ich dachte, der wäre schon länger geschützt. Ja, aber wirklich konkret diese Lego, diese Brick-Form von Lego, dieses spezielle von Lego, das ist halt rechtlich geschützt. Und um halt diese Marke aufrechterhalten zu können, muss Lego natürlich auch gegen Nachahmer vorgehen. Klar, das hätte man besser machen können, vielleicht erst mal mit dieser Person sprechen, bevor man sie gleich abmahnt. Hat sich Lego aber auch offiziell entschuldigt, aber das ist dann schon gerne wieder komplett untergegangen bei den ganzen empörten Leuten, die sich mit Lego auseinandersetzen, beziehungsweise die halt auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und das ist auch so eine schöne Sache betreffend Manipulation. Wenn du nämlich mal versuchst, neutral das Ganze zu betrachten, dieses Video von Heltersteiner, der geht da auch sehr manipulativ vor, in Art und Weise, wie er halt das Ganze präsentiert, so nach dem Motto, also er macht gute Miene zum bösen Spiel so ein bisschen, also er lässt sich jetzt nicht runterkriegen, in der Optik, aber es ist halt so eine Art und Weise, die schon sehr arg in eine bestimmte Richtung drängt. Also nach dem Motto, ich glaube irgendwie, sag doch mal, Lego, das sind die Füchse im Fuchsbau, so die ganz Schlauen, so also total sarkastisch zersetzt. Aber es ist halt auch eine wunderbare Art und Weise, um halt eben manipulativ bei sowas vorzugehen. Also gerade, und da komme ich später auch noch dazu, das wäre so ein Klassiker von Framing an der Stelle, dass ich halt etwas vorgebe, eine Art und Weise, einfach nur schon durch die Macht der Sprache. Und da müssen wir uns ja nur mit Nazis, Drittem Reich auseinandersetzen. Da gibt es ja Unmengen an Literatur, wie im nationalsozialistischen Deutschland Sprache auch als Waffe eingesetzt wurde. Das war es, Godwin's Law bei, sagen wir mal, Minute 25. Ich würde sagen, anderes Thema. Okay, du hast mir hier einen Film reingeschrieben, den ich gerne geguckt hätte, wenn du ihn mir früher mitgeteilt hättest. Der Circle, vermutlich die bekannteste Schauspielerin darin, ist die Hauptanstellerin Emma Watson. Worum geht es da? Beziehungsweise der Fan of Star Wars spielt da auch eine Unternehmenrolle mit, aber ja. Ja, schön. Eigentliche Handlung und warum ich das jetzt überhaupt aufgreife, ist, zum einen ist jetzt vor kurzem bei Heiser veröffentlicht eine Studie herausgekommen, die sich damit auseinandergesetzt hat, also genau von YouGov und dem Sinus-Institut Studie herausgeben, dass dieses Social Credit System, das Social Scoring System in China, dass das viele Deutsche, also genauer gesagt, jeder sechste Deutsche findet dieses Ding ein gutes Vorbild und jeder fünfte spricht sich auch dafür aus, schlechter bewertete Menschen zu bestrafen. Also Social Scoring belohnt halt, gutes Verhalten bestraft, schlechtes Verhalten ist jetzt die kurze Zusammenfassung. Wie in dieser Ein-Black-Mirror-Folge, die man sich da angucken kann. Genau, oder wie in einer Episode von The Orville, der Science-Fiction-Serie, da geht es auch um dieses Thema. Also es ist quasi halt so eine Massenentscheidung, so aller YouTube, Daumen hoch, Daumen runter, halt über auch Leben und Tod entscheiden kann. Und in dem Film ist das dann auch so? In einer abgeschwächten Form, also wir sind in einer nahen Zukunft und der hat eben Emma Watson bei dem Unternehmen, der Circle, das ist so eine Amalgation aus Facebook, Google, Apple und so weiter. Nee, Apple Book. Und da sich das kompliziert ausspricht, haben sie es einfach Circle genannt. Schön. Und da fängt es halt eben an, arbeitet sich auch so ein bisschen die Karriereleiter hoch und versinkt halt immer mehr in diesem übertriebenen Social-Media-Kram. Und am Ende hat sie quasi so Big Brother-mäßig 24 Stunden Live-Cam drauf und dann wird es halt eben langsam dystopisch. Der Roman, die Vorlage, die Buchvorlage endet auch ganz anders als der Film. Wie so oft? Ja. Also da ist es nochmal ein bisschen dystopischer, aber da wird halt eben auch dieses Thema von vor allem Manipulation der öffentlichen Meinung diskutiert. Und das finde ich einfach als Spielfilm, habe ich vor kurzem mal mit Freunden gesehen, sehr eindrücklich. Zumal auch, das kann ich selbst sagen, als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, viel von dem findet sich so schon in der Realität. Ich denke, andere Leute bewerten es dann auch ein sehr emotionales Problem. Und darüber hat auch der mir sehr gefallende französische Künstler Igor ein Lied gemacht, Problem d'Emotion. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört ein, ich weiß eine eigene Sache. Du brauchst Feedback. Du willst Tipps von Social-Media-Experten. Du brauchst Impulse, um beruflich und persönlich weiterzukommen? Jetzt anmelden unter www.online-gaster.com Der Seminar-Netzwerk war zunächst für Christians Kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen. Euch Hörer laden wir ein. Das heißt, einen Thema-Kreis, vernetzen und interagieren, Projekte vorstellen, es darf alles gefragt werden, es darf alles beantwortet werden. Jetzt anmelden unter www.online-gaster.com Problem d'Emotion von Igor und damit sind wir wieder zurück bei neuen Online-Geistern. Online-Geister Thema der Sendung Und als drittes unser Thema beschäftigen wir uns bei Manipulation mit Framing, das ja auch im Internet stattfindet, mit dem man auch sehr schön manipulieren kann. Erstmal generell, wie man etwas formuliert oder was man erwähnt, bestimmt, wie die Zuschauer darüber denken, wenn also die AfD oder die CSU benutzt wie die Flüchtlingswelle oder Asyltourismus, dann denkt man da ein gleiches Bild vor Augen, was erzeugt werden soll. Das geht auch auf ein linguistisches Konzept, die Sapir-Whorf-Hypothese zurück, dass die Sprache, die wir lernen, unser Denken bestimmt. Also die Sprache, die wir sprechen und die Metaphern, die wir natürlich auch verwenden und die Vergleiche, die wir benutzen, dass diese halt eben beeinflussen, wie wir über etwas denken. Also das hast du immer gerade sehr schön, wenn du halt dich mit verschiedenen Sprachen auseinandersetzt, die halt sehr ähnlich Begriffe verwendet haben, die aber komplett unterschiedlich aufgefasst werden. Also zum Beispiel, der Teufel liegt im Detail. Hat schon mal eine bestimmte Aussage. Das ist, weil es ja auch schon eine bestimmte Konzentierung ist. Genauso halt auch eben sowas wie Asyl-Tourismus, Tourismus, ach okay, also ich gehe jetzt in Urlaub ins Asyl. Klingt ja ganz cool. Und die Flüchtlingswelle, das war gerade, das war es in 15, ja auch diese ganzen Wasserbezeichnungen, Metaphern. Also es gab auch die Flüchtlingsschwämme, Flüchtlingsflut. Also das assoziiert ja etwas. Fluchttsunami. Ja, genau. Das assoziiert ja etwas mit unaufhaltsamen Naturgewalten. Man kann nichts dagegen tun. Ja, und das wird ja auch sehr, sehr bewusst. Und das ist schlimm. Gerade in der Politik wird das sehr, sehr bewusst eingesetzt. Du hattest ja auch vorhin das Beispiel genannt mit linksgrün versifft. Ja, genau. Linksgrün versifft, dass man, dass es so ein feststehender Begriff ist von rechteren, konservativen Leuten an die hauptsächlich linksliberale Masse, dass eben die eine versifft, dreckig, aber auch irgendwie schleimig, homogen und viele Sachen in sich aufnehmen können, das dann im Sumpf verschwindet. Und bestes Beispiel an der Stelle sind, ja, natürlich die Nazis. Allein schon die Bezeichnung an sich Nationalsozialisten. Sozialisten. Das war wirklich damals eine reine PR-Aktion gewesen der Nationalsozialistischen Partei, beziehungsweise der dann ja später entsprechend genannten Partei. Man wollte halt eben die extremen Linken, die Sozialisten, halt auch zu sich rüberpacken. Das war auch eine Form von Framing. Wir haben ja Sozialist im Titel. Wir sind doch auch Sozialist. Ja, wir sind halt nur nationale Sozialisten und das ist wirklich mehrfach historisch bewiesen worden. Könnt ihr euch auch gerne entsprechend ein sehr schönes, sehr langes Video dazu. Können wir vielleicht in die Show-Notes packen, wenn ihr eine Stunde Zeit habt. Ja, ansonsten kann ich auch einfach mal kurz auf einen Beitrag vom Tagesspiegel vom Juli letzten Jahres verweisen. Politisches Framing, was Begriffe wie Asyltourismus in unserem Gehirn auslösen. Das ist ein Interview mit einer Linguistin und da würde ich auch direkt mal auf ein anderes Framing überleiten wollen. Genauer gesagt, jetzt ganz frisch im Februar berichtet bei der ARD. Da geht es um ein Gutachten der ARD, bei dem halt die ARD generell um halt eben gegen Rundfunkbeitrag und sowas, da ist ja häufig Stimmung gemacht worden, dass halt der Rundfunkbeitrag nicht als so eine Zwangs- oder Pflichtabgabe bezeichnet werden soll, sondern irgendwie als Unterstützung für den freien Rundfunk oder irgendwie sowas, also im Sinne von wir helfen hier etwas, wir müssen nicht etwas abgeben, sondern wir unterstützen etwas. Da gab es wirklich ein Gutachten, wo gesagt wurde, innerhalb der ARD, man solle halt, um ein besseres Image zu erzeugen für den öffentlich- rechtlichen Rundfunk, was jetzt diese Situation einfach angeht, dass man halt entsprechende Begrifflichkeiten verwenden soll, also mit anderen Worten Framing beteiligen sollte. In Finnland gab es eine aktuelle Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen und darüber wurde häufig berichtet, schaff keine neuen Jobs als Schlagzeile, um es negativ darzustellen. Was sie aber nicht als Schlagzeile stehen haben, war, keine Jobs gehen verloren. Die Jobs bleiben unbeeinflusst. Hätte man sogar auch formulieren können, haben sie aber nicht. Das ist aber auch die große Frage, war das bewusst so formuliert oder war es einfach nur Zufall gewesen? Hat jemand behauptet, dass Grundeinkommen Jobs schafft? Hat jemand behauptet, dass durch Grundeinkommen Jobs verloren gehen? Ja, das wurde behauptet. Gut, aber es gab auch genauso welche, die gesagt haben, dass es geschafft wird. Also es ist ja eine generelle Debatte. Man weiß aktuell einfach nur nicht, wie das BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, Generell wurden Leute glücklicher und das können wir ja nicht haben. Ja, das war eine der Studienergebnisse. Also Finnland hat das ja jetzt zwei Jahre lang getestet mit 500 oder 2000 Leuten. Ich weiß nicht mehr, aber es war eine überschaubarere Zahl zur Gesamtbevölkerung jetzt gerechnet auf jeden Fall. Aber die haben halt, ich glaube 2000 Leute und 500 Euro oder sowas haben die generell bekommen, egal, was sie gemacht haben. Also ob du jetzt Richter am obersten Gerichtshof bist oder Arbeitsloser, unabhängig jetzt, wer du bist, hast du es bekommen. Dann wurde halt eben jetzt mal eine Zwischenbilanz gezogen und da halt eben auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte, könnt ihr einfach gerne mal schauen, Ende Januar 2019 kam das jetzt alles raus und einfach die Berichterstattung in diesem Zeitraum. dass halt auch häufig so Sichtweisen sich schon allein in den Titeln widerspiegeln. Also eben diese Klassiker von vernichtet keine Jobs, macht nicht glücklich, man dieses hin und her halt einfach, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben. Und das hat viel aber auch damit zu tun, STT. Genau, also es gibt STI und STT, also Spontaneous Trade Inference und Transference. Also es spielt halt auch so ein bisschen sowas mit rein. Also die Spontaneous Trade Inference, also die spontane Eigenschaftsinferenz, ist halt einfach das beobachtetes Verhalten bei anderen, führt zu Annahmen über diese anderen Personen. Also wenn ich jetzt halt beispielsweise Personen eines bestimmten politischen Lagers vor allem mit in schlechter Kleidung wahrnehme. Bestes Beispiel ist ja vielleicht auch Star Wars. Die guten Rebellen hatten eigentlich immer zerschlissene und zerrissene Kleidung. Das böse Imperium war immer so ein maßengeschneidert und gestriegelt. Das habe ich nämlich auch selbst deutlich mitbekommen bei meiner ganzen Fanarbeit, dass das Imperium immer als cooler wahrgenommen wurde, weil es halt eben einheitlicher Auftreten. Dieses Uniforme wirkt halt schon schneidig einfach, zumindest jetzt im Generellen. Das ist schon seit Jahrhunderten weltweit bekannt. Ja, und das ist halt eben dieses beobachtete Verhalten. Also die anderen machen halt, also kleiden sich so und so oder halt eben Verhalten sich so und so. Das zeugt, also das führt dann zurück auf eine Annahme. Also der Klassiker von Oh ja, ich habe ja einen gesehen, das ist ein Ausländer aus so und so und wenn der sich so und so verhält, dann müssen die alle so und so sein. Also diese automatische Annahme. Oder von mir aus, ist ein Mann, ist eine Frau, ist grün, ist blau, ist über 1,80, hat Schuhgröße 45. Ist ja egal was. Sobald du irgendeine Einheitlichkeit feststellst, irgendwas, wo du jetzt der Meinung bist, alle Leute mit Schuhgröße 45 haben Stinkefüße. Dann nimmst du das Prinzipiell an, weil du das beobachtest und vielleicht für dich auch bestätigst. Das wäre halt diese Inference und da gibt es noch die Transference. Transference übernehmen Selbsteigenschaften anderer. Beispielsweise Statements in Gesprächen. Also wenn ich dir jetzt sage, um sympathischer zu wirken, um uns den anderen anzunähern, um auch Gruppen, um Gruppendynamik auch ein bisschen auszunutzt, beziehungsweise von der Gruppe akzeptiert zu werden. Also wenn wir jetzt ein Gespräch führen, hey, hast du in den letzten irgendwas Film gesehen? Sagst du ihn vielleicht? Äh, ja. Okay, dann sag ich, ich fand ihn total scheiße. Äh, ich nicht, ich fand ihn cool. Okay, dann haben wir so eine klassische Situation, wo das in dem nicht funktioniert hat. Bei mir funktioniert Transference nicht. Aber es wäre so ein Klassiker, dass halt meine Meinung sich entsprechend anpasst oder zumindest anpasster wird. Vielleicht, wenn du ihn scheiße fandest, ja, super fand ich ihn jetzt auch nicht. Aber, ja, dass man schon mal abschwächt, dass man die eigene Meinung schon mal abschwächt, dass man nicht so krass auf Konflikte gehen. Wenn mir jetzt jemand entgegentreten würde und sagt, er fand Star Wars Lush, der ja richtig scheiße, würde ich ihm definitiv nicht zustimmen, weil ich den fantastisch fand. Und da gab es auch, vor kurzem, da gab es auch x verschiedene Veröffentlichungen, aber unter anderem auch in Psychology Today. The way you describe others is the way people see you. Also, wenn ich halt eben andere Leute als x bezeichne, also jetzt mal, wir sind jetzt hier und wir reden über einen Dritten und ich sage, ach hier, ach, es ist ja der und der, mag ich nicht so oder ach ja, hier, super klasse Typ. Dann nimmst du halt auch automatisch dieses Spontaneous Trade Transference mit an und da ist halt ein schönes Beispiel, das ist mir damals extrem aufgefallen bei Star Wars Episode 7. Vielleicht hast du noch im Kopf, Poe Dameron, der beste Pilot des Widerstands. Hast du mehrmals im Film gehabt, die Figur war nicht da, aber sie wurde mehrmals im Film während der Abwesenheit so bezeichnet. Nimmst du natürlich outmarch an, ach okay, das muss ein toller Pilot sein. Also nach dem Motto, wenn andere über dich reden, dann überträgt sie es halt eben auch. Das ist halt eben diese Trade Transference, dass halt eben solche Eigenschaften transferiert werden. Also wenn man dir andichtet, ein total dufter Typ zu sein oder ein Casanova oder eine Casanova, keine Ahnung. Casanova. Eine Casanova, egal. Dann überträgt sie es halt eben auch, dann nehmen das andere Leute halt auch an. Oder es ist zumindest wahrscheinlicher, dass andere Leute das annehmen. Nova ist ja eigentlich neu, also der Neue im Haus, Casanova. Egal. Machen wir weiter. Und letzter Punkt betreffend Manipulationen, das wurde natürlich auch schon mal wissenschaftlich untersucht und zwar ganz konkret 2013 fand die Studie statt, also 2012 fand die Studie statt, 2013 umgesetzt und am Ende 2014 veröffentlicht. Und da ging es um die Publikation von Kramer, Guillory und Hancock Experimental Evidence of Mass-Scale Emotional Contagion through Social Networks. Emotionale Ansteckung durch soziale Netzwerke. Wir haben euch den DOI-Link auch in die Show Notes mit reingepackt. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht halt um diese emotionale Ansteckung beziehungsweise ja, also Emotional Contagion beziehungsweise Gefühlsansteckung ist die deutsche Übersetzung davon. Das halt eben, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise gebe, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ganz oder niedergeschlagen klinge oder total toll spitz und begeistert, dann überträgt sich das auf euch Hörer, weil ihr mich natürlich einmal hören kannst. Ich kann auch ganz anders spitzkriegen. Aber halt eben unsere Stimmung überträgt sich und das eben nicht nur Face-to-Face, sondern eben auch Face-to-Facebook, wie die Leute dort. Ja, ich weiß, ich werfe auch gleich was ins Phrasenschwein. Aber das haben die halt, also Kramer et al. in dieser Studie herausgefunden. Und das war halt eine Untersuchung mit einer entsprechend großen Anzahl an Teilnehmern Anfang 2012. 689.003. Ganz wichtig. Menschen und, das könnt euch auch getroffen haben, liebe Leute, wenn ihr 2012, Anfang 2012 schon bei Facebook war, ich war damals und ihr habt festgestellt, eine Woche lang, so plus minus, habt ihr vor allem positive oder vor allem negative Beiträge oder eure Freunde angezeigt. Wenn euch das vielleicht noch im Gedächtnis ist, weil es vielleicht euch total traumatisiert hat, dann wart ihr Teilnehmer dieser Studie. Warum wart ihr Teilnehmer dieser Studie? Weil ihr die AGB von Facebook gelesen und akzeptiert habt. Also Facebook darf das Ganze machen. Das hat natürlich, als 2014 dann am Ende veröffentlicht wurde, der ganze Spaß, auch eine entsprechende Shitstorm ausgelöst in der Meinung, aber lange Rede, kurzer Sinn, es überträgt sich, also Gefühle übertragen sich. Also mit Antworten wie manipulieren auch durch unsere Art und Weise. deswegen, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass verschiedene YouTuber immer so, hey, hallo Leute, ich freue mich total, euch zu sehen. Übertrieben manchmal etwas sind. Gibt es da eigentlich eine Studie, wie viele Leute tatsächlich die kompletten AGB gelesen haben? Das ist wahrscheinlich wie bei so einer Masturbationsstudie gar nicht möglich, weil wahrscheinlich niemals jemand alle AGB komplett gelesen haben dürfte. Es gab auch mal Studien, die versucht haben, festzuhalten, wie viel Zeit ich mit meinem, also in meinem Leben verbringen müsste, um halt alle AGB wirklich zu lesen. Das sind mehrere Jahre auf ein Menschenleben hochgerechnet. Hui, okay, haben wir noch was Wichtiges, denn die Zeit wird langsam knapp. Ja, ganz konkret die Common Sense Media Studie vom Oktober 2018, links in den Shownotes, und da geht es generell darum, dass halt verschiedene Jugendliche untersucht wurden, die halt generell der Meinung sind, dass Social Media sie eher positiv als negativ beeinflusst, aber eine Erkenntnis dieser Studie, 72 Prozent vor allem von US-Teenagern an der Stelle, wie gesagt, Details, alles Link in der Shownotes, 72 Prozent von US-Teenagern glauben, online manipuliert zu werden. Also fast drei von vier. Also fast drei von vier Teenagern sind der Meinung, sie werden manipuliert. Das finde ich, das ist ein Statement für sich. Machen die irgendwas dagegen? Quellen besser hinterfragen? Das ist jetzt die Frage, aber nach dem Motto, die Glaubwürdigkeit der Quellen sinkt natürlich mit der Art und Weise. Also wenn ich weiß, ich werde manipuliert, dann vertraue ich so einer Quelle natürlich auch nicht mehr oder nicht stärker. Also dass zumindest so die Kritik vielleicht ein bisschen mehr zunimmt, aber das hat die Studie jetzt nicht so direkt mit untersucht, aber da geht es halt eben darum, dass halt eben 20 Prozent glauben, ganz konkret, dass Tech-Unternehmen, also wie Facebook, Google und Co., sie halt manipulieren, mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen. Also so ein Klassiker wie Netflix, die wollen ja, dass ich die ganze Zeit dort bin, weil ich dort bin. Ja. Deswegen kommt ja so eine automatische nächste Folge. Das nächste Video startet in fünf Sekunden. Oder bei YouTube haben wir jetzt auch eine Autoplay-Funktion. Die ich sofort ausgemacht habe. Ich finde es ja schrecklich. Ja, und da würde ich jetzt einfach nochmal abschließend für mich sagen wollen, wo hört die Mutmaßung auf? Also wie weit geht wirklich Manipulation und wann beginnt eigentlich die Verschwörungstheorie? Also was ist wirklich Manipulation und was ist vielleicht einfach nur nicht bedacht? Also nur weil ich etwas vermute, heißt es nicht, dass es wirklich so ist. Ich denke, es ist ziemlich viel Manipulation im Internet. Ja, aber wie viel Manipulation ist halt einfach immer schon da gewesen? Wie viel ist halt bewusste Manipulation? Ich meine, denk nur mal daran, wenn du jetzt vielleicht einen anderen Menschen hast, der die vielleicht tiefen Ausschnitt trägt, kurzes Röckchen, das ist ja auch schon eine Form von Manipulation, die es seit Jahrtausenden gibt. muss man auch dazu sagen. Also es ist mal eine Form von sexueller Manipulation. So hat auch der Klassiker, Schatz, ich habe nichts gekocht, guck mal, wie ich da liege. Ist auch eine Form von Manipulation, aber sehe ich das als Manipulation an, das ist auch so eine Sache, dann wäre prinzipiell alles, was wir tun, Manipulation, Kommunikation an sich. Wenn wir miteinander sprechen, ist das schon Manipulation. Also ich weiß schon, dass alles, was wir tun, Kommunikation ist. Wenn jetzt jede Kommunikation auch Manipulation ist. Na, was willst du mit Kommunikation erreichen? Du willst Informationen mitteilen oder anderen Leuten von dir, also irgendwas, ja, Informationen erlangen. Oder dass sie immer das zu bringen, etwas zu tun. Ja, und das ist ja auch eine Form von Manipulation. Also mindestens so ein Selbstbild von dir zu kommunizieren. Wir manipulieren euch gerade. Das ist, ja, im Gegensatz zum Lied, was ich noch spielen wollte, ist die Sendung nicht endless. Deswegen gehen wir gleich dazu, über was es denn das nächste Mal gibt. Onlinegeister. Feedback. Okay, dann würde ich sagen, heute ging es um Manipulation online. Alle Quellen, weitere Details in unseren Shownotes unter onlinegeister.com slash Folge 033. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt euch unsere Meinung. Wir sagen euch unsere Meinung. Sagt uns eure Meinung. So, Einwertung bei iTunes oder auf Facebook oder bei onlinegeister.com oder bei Radio Kuras. Kommt persönlich vorbei. Schreibt uns einen Brief, schickt uns einen Brieftar, was auch immer. Alle Details. Reicht uns auf der Straße an und sagt, wie toll ihr uns findet. Das war's für heute. Ja, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns das nächste Mal und dann geht es um das Thema Brexit. Oh Gott. Ja, bis dann mal so weit. Das war Onlinegeister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com economy in哪. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. rench